Nach den Coronavirus-Sperrungen könnten Hotelbesitzer in Betracht ziehen, Reiseveranstalter zu werden, aus folgenden Gründen, Diversifizierung der Einnahmen, die Tätigkeit als Reiseveranstalter neben dem Hotelgeschäft kann einen zusätzlichen Einkommensstrom bieten und dazu beitragen, die Auswirkungen von Schwankungen in der Hotelbranche abzufedern. Anpassung an sich verändernde Reisetrends. Nach den Sperrungen könnten Reisende vermehrt personalisierte und umfassende Reiseerlebnisse suchen. Durch das Angebot von Reiseveranstalterdiensten können Hotelbesitzer diesen sich entwickelnden Präferenzen gerecht werden. Verbesserte Gästeservices. Die Bereitstellung von Reiseveranstalterdiensten kann das gesamte Gästeerlebnis verbessern, indem maßgeschneiderte Reiseempfehlungen und Buchungsunterstützung angeboten werden, was einen reibungsloseren und bequemeren Aufenthalt schafft. Förderung des lokalen Tourismus. Als Reiseveranstalter können Hotelbesitzer nach den Sperrungen lokale Tourismusattraktionen, Aktivitäten und Erlebnisse bewerben und so zur Erholung des Tourismussektors in ihrer Region beitragen. Wettbewerbsvorteil. Das Angebot von Reiseveranstalterdiensten kann ein Hotel von Mitbewerbern abheben und Gäste anziehen, die nach einer Lösung für all ihre Reisebedürfnisse suchen. Aufbau von Kundenloyalität, indem sie den Gästen bei ihren Reisevorbereitungen helfen, können Hotelbesitzer stärkere Beziehungen zu Kunden aufbauen, was zu wiederholten Buchungen und positiven Mundpropaganda-Empfehlungen führen kann.